Und nach der Sondersitzung, so ist das auch vereinbart, zwischen den Fraktionen wird dann der ehemalige Generalsekretär und Kabinettchef aus dem Ministerium Köstinger, der Herr Mayer, Rede und Antwort stehen. Ich möchte aber beginnen mit einer kurzen Replik auf den gestrigen Tag und möchte darauf eingehen auf diese Geschichte, Unterstellung, Skandalisierungsversuch, den der Herr Kollege Greiner einmal mehr unternommen hat im Untersuchungsausschuss. Er hat repliziert auf eine Umfrage, die im Wirtschaftsministerium gemacht worden ist. Ich habe Ihnen die Umfrage mitgebracht, darf sie natürlich jetzt inhaltlich nicht herzeigen. Ich wollte nur den Umfang der Umfrage zeigen. Es ist eine Hundertschaft von Fragen, die sich mit den Covid-Maßnahmen der Bundesregierung, die sich mit dem Wirtschaftsstandort beschäftigt hat. Und ja, selbstkritisch angemerkt, man kann über die eine oder andere Frage diskutieren, ob die jetzt auch demoskopisch richtig gestellt worden ist. Aber aus dieser Umfrage abzuleiten, dass hier ÖVP-parteiische Umfragen quasi dazugehängt worden sind, das ist so derartig lächerlich und das ist so derartig absurd, dass ich das wirklich vehement zurückweisen möchte. Einmal mehr zeigt sich, dass hier der Kollege Greiner mit Unterstellungen, mit Skandalisierungen agiert. Für mich spannend war, wenn ich mir dann die Medienberichterstattung angeschaut habe, dass das auch in der Medienwelt ganz unterschiedlich wahrgenommen worden ist. Manche Medien haben dieses Thema aufgegriffen, andere gar nicht. Meine Bitte, die ich äußern will in diesem Zusammenhang, wenn man Fragen zu diesen Themen hat, dann würde ich auch gerne unsere Meinung zu diesem Thema kundtun. Und noch einmal, es ist geradezu lächerlich, aus dieser Studie abzuleiten, dass hier irgendwelche ÖVP-parteipolitischen Umfragen hineingepackt worden sind. Also das weise ich auf das Schärfste zurück und ist halt einmal mehr dieser Skandalisierungsversuch, den wir vom Kollegen Greiner ja mittlerweile sehr gut erkennen. Zur Kollegin, zur Frau Bundesminister Außerdienst Köstinger, bemerken Sie halt, wie gesagt, dass sie genau vor einem Tag, genau vor einem Jahr schon im Untersuchungsausschuss war. Das ist mir ein großes Anliegen und da richte ich auch einen Appell, dass wir nicht wieder genau die gleichen Fragen, die wir vor einem Jahr gestellt haben, heute wieder stellen. Weil was wird passieren? Die Frau Bundesministerin Außerdienst wird nichts anderes tun, als das Protokoll zur Hand nehmen und wird dann aus dem Protokoll vorlesen, nun auch nicht, weil ja sonst immer gleich auch der Vorwurf der Falschaussage im Raum steht. Insofern erwarten wir auch von den heutigen Befragungen ganz wenig Erkenntnisgewinn, weil ja der Untersuchungszeitraum sich ja auch auf den Zeitraum bezieht, wo die Frau Bundesministerin in Amt und Würden war. Ja, das ist für mich so das Wesentliche, einmal mehr ein Tag ohne wesentlichen Erkenntnisgewinn, einmal ein Tag mehr, wo man halt probiert, prominente Auskunftspersonen in den Untersuchungsausschuss zu zitieren, um möglichst viel mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber vom Erkenntnisgewinn erwarten wir ganz wenig Inhalt. Vielen Dank. Ich habe eine Frage zu einem anderen Thema. Es wird diskutiert, dass die Impfpflicht ausgesetzt oder erst abgeschafft werden soll. Können Sie dazu was sagen? Ich bin in diesen Gesprächen, in den Diskussionen sehr wohl involviert, weil es natürlich ein Thema ist, das permanent diskutiert wird, auch in meinem Wahlkreis. Ich kenne aber den aktuellen Verhandlungsstand zu diesem Thema nicht. Ich habe Ihnen schon gesagt, natürlich ist eine einzelne Frage aus dieser Studie heraus zitiert worden, aber es ist eine Hundertschaft von Fragen, die sich mit den Covid-Maßnahmen, mit dem Wirtschaftsstandort beschäftigen. Das heißt, ich habe auch gesagt, man kann über einzelne Fragen durchaus diskutieren, ob sie demoskopisch relevant sind, aber daraus abzuleiten, dass damit eine ÖVP-Parteiumfrage finanziert worden ist, ist absurd und lächerlich. Gut, vielen Dank. Darf ich übergeben? Bitte. Also, ich habe mir diese Umfrage, die gestern der Herr Greiner mehrmals zitiert hat, im Detail angeschaut. Ich habe sie vor mir liegen und ich beziehe mich jetzt einmal auf diese Umfrage, die kann ich bewerten. Und ich habe mir jede einzelne Frage angeschaut. Da geht es um Covid-Maßnahmen der Bundesregierung, wie die in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Da geht es um den Wirtschaftsstandort. Und noch einmal, man kann über einzelne Fragen sehr wohl diskutieren, ob sie demoskopisch Sinn machen. Ja, aber daraus abzuleiten, dass hier quasi parteipolitische Präferenzen oder irgendetwas anderes durch diese Studien abgefragt worden sind, ist absurd und lächerlich. Gut, vielen Dank. Darf ich übergeben? Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Wir haben uns ja gestern gesehen, dass hier die ÖVP-geführten, jedenfalls das Wirtschaftsministerium, hier in Umfragen eine Reihe von rein parteipolitisch motivierten Fragen eingebaut hat. Wir haben heute das Landwirtschaftsministerium, da werden wir dasselbe sehen. Wir werden dasselbe sehen, dass hier auch das Landwirtschaftsministerium alle möglichen Fragen stellt. Teilweise Wortident mit dem Wirtschaftsministerium, obwohl sie sich angeblich nicht ausgetauscht haben. Und auch wieder zu Politikfeldern, die gar nichts zu tun haben mit dem gesetzlichen Auftrag des Landwirtschaftsministeriums. Zum Beispiel die Frage, soll Österreich noch mehr Flüchtlinge aufnehmen oder haben wir nicht ohnehin schon viel zu viele aufgenommen? Eigentlich geht es darum, dass hier parteipolitische Worldings abgetestet werden. Das macht das Wirtschaftsministerium in allen Politikfeldern, die machen das zur Frage von Vermögensteuern, die machen das zur inneren Sicherheit, die machen das zu allen möglichen Fragen, mit denen sie nichts zu tun haben. Und das Landwirtschaftsministerium macht dasselbe. Das, was wir sehen in den Akten und in den Unterlagen, dass hier zumindest direkt drei Ministerien, indirekt vier Ministerien involviert waren. Und wir haben sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Dass hier konzentriert die ÖVP die Steuergelder von mehreren Ministerien verwendet, um parteipolitisch motivierte Umfragen und Umfrageserien herzustellen. Und am Ende des Tages hat die ÖVP diese Daten. Und die ÖVP benutzt diese Daten. Wir erinnern uns alle, die erste Auskunftsperson in diesem Untersuchungsausschuss war der ÖVP-Parteivorsitzende Nehammer. Und wir haben ihn ja vorgelegt, wie er selber intern in der ÖVP Umfragen präsentiert. Und wir haben ihn mehrmals gefragt, hat die ÖVP diese Umfragen alle selbst bezahlt? Und wir erinnern uns alle an die Antwort. Er ist zwar verantwortlich dafür und zuständig, aber hat gesagt, ich weiß nicht, es war ein Mitarbeiter, da müssen Sie den fragen. Ich weiß es nicht. Und das war dasselbe Bild, das wir hier aufzeigen, ist die parteipolitische Missbrauch von Steuergeldern, den die ÖVP hier quer wie die Ministerien macht. In Wahrheit ist das größer als dieses Bandschup-Tool, dieses Bandschup-Österreich-Tool, weil es nicht nur ein Ministerium betrifft, sondern viele Ministerien. Dieses Unterhuber-ÖVP-Tool, das hier etabliert wurde. Und wir haben heute den zweiten Schritt darin. Vielen Dank. Jetzt also Kai-Jan Kreiner, der Fraktionsführer der SPÖ, am Wort gewesen, davor auch schon der Fraktionsführer der ÖVP. Und jetzt sind wir Nina Tomaselli, der Grünen. Guten Morgen wünsche ich Ihnen an, was wir vom gestrigen Tag mitnehmen können. Ich habe ja seltsame Vorgänge in den Ministerien angekündigt. Und genauso seltsam ist es dann auch gekommen, wie die Befragungen gezeigt haben. Da geht es beispielsweise um eine Pressekonferenz, die 22.000 Euro gekostet hat. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wieso das nicht die eigene Öffentlichkeitsarbeitsabteilung organisiert hat. Da haben wir andererseits eine Studie, eine Nonane-Studie von McKinsey über Klimaschutz über 128.000 Euro, wo in der Sie vor allem Stehsätze finden, die in jedem guten Umweltleitbild einer Kleinstgemeinde auch zu finden sind. Und dann gibt es drittens sogar noch Aufträge, jetzt insbesondere beim Campaigning-Büro, die abgerechnet werden, die gar nie von der zuständigen Abteilung in Auftrag gegeben worden sind. Nun zu heute. Ich habe immer gesagt, dass der Machtzirkel um Sebastian Kurz hatte vor allem drei Werkzeuge in der Toolbox. Das wäre einerseits die Spezialbehandlung für Subbereiche. Das wären Posten für die besten Freunde und nicht für die besten Köpfe. Und das sind drittens Umfragen, mit denen man nicht nur die Bevölkerung täuschen wollte, sondern auch die eigene Partei. Über das Thema Umfragen haben wir gestern sehr, sehr viel gehört. Dieses Werkzeug war im Gang Schramböck zu finden, um in diesem Baumarktbild zu bleiben. Da waren Umfragen zu allem und jedem dabei und auch zu jeder Preisklasse. Heute finden wir den Postenschacher und zwar im Gang Köstinger. Es ist ein sehr, sehr langer Gang. Wenn man sich die Akten des Untersuchungsausschusses anschaut, dann sieht man schon, dass das Landwirtschaftsministerium unter Elisabeth Köstinger ein wahrer Selbstbedienungsladen für die ÖVP gewesen sein dürfte. Da war zum Beispiel die stellvertretende Kabinettschefin, die zur Bundesgärtenchefin geworden ist. Der Abteilungsleiter der Politischen Akademie der ÖVP wird Abteilungsleiter in Köstingers Ministerium. Und das Umweltbundesamt musste 16 Personen anstellen und die wiederum wurden dann auch an Köstingers Ministerium zurück ausgeliehen. Das haben alles zumindest unsere Recherchen ergeben und das ist noch nicht mal alles. Seien Sie also gespannt. Vielleicht kann der heutige Befragungstag das aufklären und es ist alles gar nicht so, wie es aussieht. Und wir lassen uns wie immer uns überraschen. Haben Sie noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Danke. Vorerst also keine Fragen für die Fraktionsführerin der Grünen, nämlich Nina Thomas-Saley. Vorher bereits am Wort auch die ÖVP, die SPÖ und jetzt die Grünen. Wir warten jetzt auf das Statement der FPÖ bzw. der NEOS, wer jetzt zuerst auch an den Spult tritt. Und wir sehen hier die FPÖ, nämlich Susanne Fürst am Wort. Wir haben ja heute nicht nur den Untersuchungsausschuss, sondern auch die Sondersitzung, welche von der Bundesregierung einberufen wurde. Interessanter Termin, da zum einen ja bekannt war, dass uns Bundeskanzler Nehammer heute wieder nicht beehren wird im Parlament, weil ja schon beim Ansetzen der Sondersitzung natürlich bekannt war, dass er beim EU-Gipfel in Brüssel weilen wird. Aber die Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm ist ja, glaube ich, jetzt schon versiert in seiner Vertretung. Und zum anderen wird natürlich die Sondersitzung sehr gut ablenken von der Aussage von Ex-Landwirtschafts- und Tourismusministerin, Elisabeth Köstinger. Wir haben ja gestern schon gesehen, im Wirtschaftsministerium von der Frau Schramböck, die zwar nicht da war, aber ihr Kabinettchef hat ja ausgesagt, dass hier das Geld sehr locker saß. Da wurden schon Hunderttausende Euro hier ausgegeben, auch für Studien mit dem konkreten Inhalt zum Beispiel, dass hier ein Leitbild erstellt wird für das Wirtschaftsministerium. Und da ging dann, das Geld profitierte davon, eine gewisse Frau Kamersinn. Und hier ist die Frage, ob dieses System hier auch im Landwirtschafts- und Tourismusministerium von Frau Köstinger Einzug gehalten hat. Genügend Verdachtsmomente gibt es für sozusagen Themaüppige Querfinanzierung von ÖVP-nahen Organisationen. Das heißt, wir haben hier folgende drei Themen. Zum einen einmal das aktuell aufgetauchte Thema von völlig überteuerten PCR-Testprogrammen für den Tourismus, wo ein Test sage und schreibe 70 Euro gekostet hat. Und da ist die Frage, wer hat davon profitiert? Welche Agentur ist sie auch im ÖVP-Umfeld zu finden? Da gibt es genügend Anhaltspunkte. Das nächste Thema ist auch schon medial ja kolportiert worden. Einfach als Beispiel auch für Verdacht der illegalen Parteispende. Diese Parteispende von 43.000 Euro des Landwirtschaftsministeriums unter Frau Köstinger für den steirischen Bauernbundball. Frau Köstinger ist ja nicht nur in der ÖVP, sondern gerade auch im Bauernbund groß geworden. Auch langjährige Vizepräsidentin des Bauernbunds. Sie saß sozusagen hier auf beiden Seiten an der vergebenden Stelle und auch an der empfangenden Stelle und müsste natürlich gerade auch als ehemalige Generalsekretärin 2017 bis 2018 ganz genau wissen, wie heikel es ist und wie genau man aufpassen muss bei der Spendenvergabe und welche hier rechnungshoffpflichtig sind und nicht. Und es gibt auch weitere Geldflüsse, einen viel erheblicheren Betrag noch und ein, denke ich, auch noch den Verdacht einer noch vorwerfbareren Handlung, dass man sich hier an den NPO-Corona-Fördertöpfen bedient hat. Also das Geld, das für die Vereine eigentlich zur Verfügung gestellt worden ist, um ihnen die Einnahmen zu ersetzen, die ihnen entgangen sind, weil sie ja auch zugesperrt wurden. Und da geht es um den Verdacht darum, dass hier alleine die Tiroler Jungbauernschaft über 850.000 Euro erhalten hat, obwohl es ja ein ausdrückliches gesetzliches Verbot gegeben hat, dass parteinahe Organisationen Geld erhalten mit gutem Grund, weil es hier einfach um die gemeinnützigen Vereine gegangen werden soll. Also das ist schon ein sehr, sehr grober Vorwurf. Und auch hier muss man wieder schauen, dass ja Frau Köstinger eben, wie gesagt, sowohl auf Ministeriumsseite als auch auf der empfangenden Seite eine Funktion hat und die hier sehr detaillierte Kenntnisse haben müsste. Und dazu werden wir dann ergänzend nach der Sondersitzung den ehemaligen Kabinettchef von Frau Köstinger, Gernot Mayer, interviewen, ob sich eben dann die Aussagen der beiden Personen decken. Dankeschön. Soweit jetzt auch die FPÖ am Wort gewesen. Susanne Fürst hat sich jetzt auch bei ihrem Eingangsstatement zu Wort gemeldet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Partei, nämlich die NEOS. Normalerweise warten wir Fraktionsführerin Stefanie Kriispa, da ist sie schon. Von meiner Seite. Zunächst einmal zu gestern. Es war für uns in der Wahrnehmung so, wie wir es angenommen haben. Das Wirtschaftsministerium, in dem die ÖVP über Jahrzehnte hinweg quasi ungestört regieren konnte, wurde als Selbstbedienungsladen missbraucht. Die Frage ist, ob wurde als Vergangenheitsform passt, wenn es um das Verhalten der ÖVP mit unserem Land geht. Das glaube ich nicht, denn wenn während des U-Ausschusses zur ÖVP-Korruption topqualifizierte Kandidaten zur RTR verhindert werden, bei der Nachbestellung eines Volksanwaltes pur parteipolitisch vorgegangen wird und auch die Kofa-Geschäftsführung ÖVP-nah besetzt wird, dann kann man sich sicher sein, dass es genauso weitergeht, wie wir es hier im Ausschuss erfahren müssen. Wenn wir nicht endlich die Regeln ändern und das parteipolitische Selbstbedienen verhindern. Was müssen wir dazu ändern? Und dazu komme ich zu gestern. Gestern wurde klar, dass die ÖVP Generalsekretäre installiert mit Weisungsbefugnis über alle Beamtinnen und Beamte ohne einen Tag Erfahrung im Ressort. Und ich glaube, wir haben gestern auch wahrnehmen können, dass es den eigentlich nicht braucht. Das heißt, wir wiederholen unsere Forderung, dass die Generalsekretäre, ohne die das Land sehr gut, sehr lange ausgekommen ist, abgeschafft werden. Ich glaube, wir werden heute bei Generalsekretär Mayer noch eine Steigerung erleben. Den hat nämlich Köstinger direkt aus der Bundespartei geholt, also mit überhaupt keiner Erfahrung in einem Ministerium. Was müsste man noch ändern? Weil wenn die Spitze so auf Partei gestellt ist, dann wird darunter auch dementsprechend gearbeitet. Das haben wir gestern auch miterleben müssen. Aufträge werden dann nach freundlichen Gesprächen mit dem Generalsekretär oder gleich direkt aus dem Kabinett vergeben. Das Vergaberecht hat hier anscheinend überhaupt niemand interessiert, weil eben vor selbst gewählten Kabinettsklausuren es plötzlich dringend nötig war, hier das persönliche Image der Ministerin abzufragen. Und es war für mich schon verstörend, dass der Stellverträter in der Kabinettschiff überhaupt kein Problembewusstsein hatte, dass das eher parteipolitisch als sachlich gerechtfertigt wäre, hier Steuergeld auszugeben. Und dann gibt es Aufträge ohne Ausschreibung, ohne Vergleichsangebote. Und das, obwohl der Rechnungshof schon zum erneuten Male 2018 schon kritisiert hat, dass bei Direktvergaben keine Vergleichsangebote eingeholt werden. Wie kann man das ändern? Ich glaube eben auch aufgrund des mangelnden Problembewusstseins nur durch Transparenz, dass alle Studien öffentlich werden. Was passiert ohne Transparenz? Das haben wir gestern gesehen. Es werden Freunde leicht bedient. Kamer sind auf das Leitbildmachend, das kein Mensch braucht und kein Beamter im Ministerium anscheinend kennt. Demox mit einem Geschäftsführer aus der ÖVP kommt hier sehr oft zum Zug mit Studien, die sehr parteipolitische Fragen enthalten. Und die niederösterreichische Medienkontakte auch mit ÖVP nahe wird hier auch noch bedient. Die wird uns auch noch bei Köstinger beschäftigen. Für Schramböck hat diese Agentur auf jeden Fall um 21.000 Euro einen Pappaufsteller für eine PK ins Bundeskanzleramt gestellt. Was passiert auch ohne Transparenz? Die ÖVP kann eben Interessen verfolgen und hier Fragen, die pur den parteiischen Interessendienern in Studien einfließen lassen und merkt nicht einmal, was sie hier tut. Neben Transparenz und Veröffentlichung fordern wir daher, dass der Rechnungshof sich hier innerhalb der Prüfung der Beinschab-Umfragen auch hoffentlich Demox und andere Institute, die für mehrere ÖVP-Ministerien parteipolitische Umfragen gestartet haben, näher ansieht. Das wäre uns ein großes Anliegen. Heute wird es knapp wegen der Sondersitzung und deshalb gebe ich nur eine kurze Vorschau. Mit Köstinger und Generalsekretär Mayer wird man uns jetzt im Landwirtschaftsministerium und es wird sich nicht überraschen, dass unsere Meinung ist, dass hier genauso Selbstbedienung im Interesse der ÖVP vorgenommen wurde, in ähnlicher Weise. Nur noch schlimmer, der Generalsekretär hatte keinerlei Erfahrung in einem Ministerium, kam direkt aus der Lichtenfeldgasse und dann wurde aus dem Ministerium wiederum Geld für parteipolitische Zwecke rausgeschmissen. Markantes Beispiel war das Familienfest. Sie erinnern sich vielleicht, sogar die APA hat es als Parteiveranstaltung angekündigt. Da hat dann der Generalsekretär des Bundeskanzleramts über eine Firma mit seinem Gemeinderatsparteifreund Aufträge bekommen. Die Lieblingsagentur der ÖVP Niederösterreich durfte das Ganze abwickeln. Und solche Entscheidungen laufen zum Teil ohne die Fachabteilungen direkt einfach aus dem Kabinett. Und am kräftigsten hingelangt hat Köstinger, aber sicherlich bei den Inseraten. Und da sehen wir nicht nur, wie nicht an eigene Zeitungen unverhältnismäßig, ohne objektive Kriterien ausgeschüttet wurde, sondern Inserate werden zufälligerweise an Magazine von Politikberatern, für die die Ministerin auch Aufträge hatte, gegeben. Und Inserate werden sogar direkt genutzt, um wieder Gelder in Richtung der Partei zu bringen, in dem Bereich der ÖVP und ihrer vielfältigen Bünde und Vereine. Und dementsprechend geht es entgegen der Meinung von Kollegen Hanger heute nicht um Dinge, die schon aus dem Ibiza-Usa bekannt sind, sondern um neue Fragen zu dem neuen Untersuchungsgegenstand des laufenden Untersuchungsausschusses. Danke.